Hallo, in diesem Video nur ganz kurz. Eine Zuschauerfrage kam über Twitter rein. Der Zuschauer hatte einen Blog-Eintrag im Internet gelesen, dass der Firefox und der Google Chrome die Festplatte geradezu auffressen. Also überbeanspruchen. Was ein Problem für SSD-Platten ergeben kann, weil die halt schneller ihr Lebensende erreichen, wenn dauernd auf sie zugegriffen wird. Nun ja, ältere Platten haben in dem Punkt sicher mehr Probleme als ganz neue SSD-Platten, aber für alle gilt, unnötige Zugriffe sollten vermieden werden. Ein deutsches Computermagazin, und nein, es war nicht heise.de, konnte das Ganze nicht selbst nachvollziehen. Insofern haben wir also einen, der meint, Firefox, Google Chrome und Co. überbeanspruchen die Festplatte und das Computermagazin meinte eben, sie könnten es nicht nachvollziehen. Nun, das ist dann unser Punkt, an dem wir uns einfach ganz raushalten und Ihnen lieber zeigen, wie Sie das Ganze selbst feststellen können. Dazu müssen wir uns nur anschauen, wie oft eine Anwendung auf die Festplatte schreibt oder liest, denn das Lesen der Platte ist natürlich genauso guten Zugriff. Und jetzt hier einfach mal gezeigt am Firefox, die Funktion, die nämlich hier zur Diskussion steht, ist, dass der Firefox in der Standardeinstellung viermal pro Minute alle geöffneten Seiten, die man hier geöffnet hat, abspeichert. Natürlich aus dem Grund, dass Sie keine Seiten verlieren, wenn das Programm dann mal abschmiert. Nun, zu dem Grund habe ich den Firefox gestartet und 40 Seiten aufgerufen. Hier die Seiten einfach alle. Und danach den Firefox zwölf Stunden lang in Ruhe gelassen. Und nach dem Aufrufen der 40 Seiten hat er ungefähr 300 Megabyte verbraucht. Also nicht Traffic mit dem Internet, sondern Zugriff auf die Festplatte. Die 300 Megabyte, das waren geschriebene Daten, nur um die Seiten, sage ich jetzt mal hier, darzustellen. Denn klar, alle Seiten, die ich im Internet da runterlade, die werden ja im sogenannten Cache-Speicher gespeichert. Insoweit, das waren also dann ungefähr die 300 Megabyte. Aber reines Schreiben, da war noch kein Lesen dabei. Insoweit, die 300 Megabyte, die werden wir gleich natürlich entsprechend wieder abziehen. Um festzustellen, wie viele Daten ein Programm auf unsere Platte schreibt, brauchen wir den Taskmanager, der das Ganze für uns ganz automatisch mitschreibt. Insoweit, das Programm hier mal minimiert, den Taskmanager aufgerufen. Haben wir hier den Firefox. Wir brauchen allerdings mehr Details, um dann hier im Taskmanager nochmals auf Details zu klicken. Dann haben wir hier die entsprechenden Programme. So, da haben wir das hier erstmal, den Firefox ausgewählt. Und dann über den Titelzeilen hier, rechte Maustaste, dann können wir nämlich Spalten auswählen anwählen. Und dann hier entsprechend nach unten gescrollt. Und dann sehen wir dann hier, Eingabe, Ausgabe, Bytes gelesen und Bytes geschrieben. Klicken wir da drauf und dann sehen wir das dann. Also, wie gesagt, den Firefox zwölf Stunden lang in Ruhe gelassen. Er hat jetzt 1,3 Gigabyte geschrieben von der Platte oder auf die Platte und 1,9 Gigabyte gelesen von der Platte. Nun die 300 Megabyte vom Beginn abgezogen, habe ich also immer noch 1 Gigabyte, das geschrieben wurde. Eigentlich fast inzwischen 1,1 Gigabyte. Und das, obwohl der Rechner in den letzten zwölf Stunden nicht benutzt wurde. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, das ist ja jetzt gerade relativ stabil. Wir müssen nur einen Moment warten und dann springt es halt wieder etwas nach oben. Und wir können durchaus davon ausgehen, dass das Ganze passiert, weil der Firefox halt im Hintergrund die Tabs dauernd abspeichert. Warten wir mal einen Moment, bis er mal wieder springt. Obwohl das jetzt scheinbar mehr her ist als 15 Sekunden, laut der Einstellung. So, da ist er gerade gesprungen. Insoweit also, durchaus Traffic, auch wenn wir den Rechner dann nicht benutzen, muss also jeder selbst einfach mal bei sich ausprobieren. Denn einige werden natürlich sagen, Moment mal, das stimmt zwar, aber ich habe nie 40 Seiten gleichzeitig offen. Und andere werden sagen, ich lasse meinen Rechner nie zwölf Stunden alleine. Daher, man kann also durchaus keine allgemeingültige Aussage treffen, aber Sie können das jetzt für sich nachvollziehen und dann eventuell den Firefox anweisen, zum Beispiel nicht alle 15 Sekunden einen Tabshot machen zu lassen, sondern nur einmal pro Minute. Vorausgesetzt, bei Ihnen sind die Zahlen dann ähnlich. Okay. Vorausgesetzt, bei Ihnen sind die Zahlen.